Oh, grüß Gott, Frau Keggeny! Oh, grüß Gott, Frau Peters! Ja, was ist denn meine Frau Keggeny? Was, Frau Peters? Laufen Sie, dass man Glück manipulieren kann? Sie müssen heute einen Glückskeks essen. Hören Sie schon mal einen Glückskeks gegessen? Bloß, wenn was gleich ist, auf dem Zettel steht. Ich habe vorhin einen Glückskeks eingeworfen. Und was ist auf dem Zettel gestanden? Mit diesem Glückskeks werden Sie wieder ein Jungsmädchen. Meinen Sie, das funktioniert, Frau Peters? Frau Peters? Oh! Hören Sie mir eine Bombole? Frau Peters, sehen Sie das? Ich will eine Bombole! Frau Peters! Ich will sofort eine Bombole! Ich habe bloß eine längere Bombole! Hör damit! Ich will das Bombole! Ja, das gibt es erst, wenn sich der Glückskeks wieder aufgelöst hat. Ist das Bombole wirklich länglich? Fast gemäßlich und unverfänglich! Mit dem Hefensopf sollst du glücklich sein! Und schiebe den Genuss voll rein! In die Öffnung über dem Ticken! Es ist ein Haufen! Gut, gut. Gut, gut! avoid mäßig. Gut, gut! Absicht!